In der tiefen Stille der Nacht, nur unterbrochen vom leisen Rauschen des Windes durch die Blätter, spürte Lila, die kleine Fledermaus, eine Veränderung in der Luft. Sie schwebte hoch über den schlafenden Wald, ihre feinen Ohren empfänglich für die sanften Gesänge des Kosmos. Lenny, der kluge Waschbär, saß am Fuß des alten Eichenbaumes, den Blick auf die Sterne gerichtet, während er die alten Legenden und Sagen über Sternschnuppen murmelte, die er über Jahre gesammelt hatte. In dieser Nacht würde ein seltenes Ereignis stattfinden, das Fest der Sternschnuppen, ein Schauspiel, das nur alle hundert Jahre den Himmel erleuchtete. Der Tag vor dem Fest war angefüllt mit Vorbereitungen. Lila und Lenny besuchten den Weisen Oho, um mehr über das Fest zu erfahren. Er erzählte ihnen von einem uralten Sternenwächter, einem geheimnisvollen Wächter der Himmel, der die Pfade der Sternschnuppen lenkte. Laut der Legende konnte jeder, der eine Sternschnuppe am Himmel erspähte, einen Wunsch flüstern, und der Sternenwächter würde diesen Wunsch in den Himmel tragen. Lila und Lenny lauschten gebannt, und ihre Herzen füllten sich mit Hoffnung und Sehnsucht. Während die Sonne langsam am Horizont herabsank, trafen die Tiere des Waldes am vereinbarten Platz ein. Lila und Lenny hatten einen offenen Bereich im Wald gewählt, von dem aus sie einen klaren Blick auf den Himmel hatten. Lenny teilte mit jedem Ankömmling eine kleine Nuss oder Beere, während Lila ihnen half, die besten Plätze zu finden. Jeder brachte seine eigenen Hoffnungen und Träume mit, eingebettet in die Wünsche, die sie an die Sternschnuppen richten wollten. Als die Dunkelheit den Wald umhüllte, begann das Fest. Lila flog hoch in den Himmel, um das erste Zeichen zu geben, während Lenny am Boden wartete. Plötzlich zog eine leuchtende Sternschnuppe ihre Bahn über den Nachthimmel, und ein kollektives Staunen ging durch die Menge. Lenny rief aus, »Jetzt, meine Freunde, sprecht eure Wünsche aus!« Und so begann ein Murmeln und Flüstern, als jeder seinen Wunsch in die Nacht hinausschickte. Die Nacht ging weiter, und mit jeder Sternschnuppe wurden die Wünsche intensiver. Lila und Lenny gingen von Tier zu Tier, hörten ihre Geschichten und teilten ihre Träume. Der alte Dachs wünschte sich Gesundheit, die Rehefrieden und die kleinen Mäuse eine gute Ernte. Jeder Wunsch war ein Einblick in das Herz der Waldgemeinschaft. Mitten im Fest erschien am Himmel ein Bild, eine Silhouette, die wie der Sternenwächter aussah. Lila und Lenny beobachteten, wie die Gestalt ihren Arm zu heben schien, als wolle sie die Wünsche persönlich entgegennehmen. Ein Gefühl der Ehrfurcht breitete sich aus, und alle Tiere verstanden, dass dies eine Nacht war, die mehr als nur ein Fest war, es war eine Verbindung zu etwas Größerem. Als die Nacht dem Ende zuging, fühlten sich alle Tiere des Waldes verbunden, nicht nur durch ihre Wünsche, sondern auch durch das geteilte Erlebnis. Lila und Lenny saßen nebeneinander und blickten in den Sternenhimmel, dankbar für die Freundschaft und Gemeinschaft, die sie hatten. Sie wussten, dass diese Nacht in den Herzen aller für immer leben würde. Mit den ersten Strahlen der Morgensonne kehrten Lila und Lenny zu der Stelle zurück, an der das Fest stattgefunden hatte. Sie fanden den Platz leer, alle Tiere waren nach Hause zurückgekehrt, aber die Energie der vergangenen Nacht lag immer noch in der Luft. Sie fassten sich an den Pfoten und versprachen, dieses Fest für die kommenden Generationen am Leben zu erhalten. In den folgenden Tagen sprachen alle Tiere des Waldes von nichts anderem als dem Fest der Sternschnuppen. Die Erinnerungen wurden zu Geschichten, die Geschichten zu Legenden. Lila und Lenny wurden als Hüter dieser Traditionen angesehen und sie schworen, dass sie die Legende des Sternenwächters und der Sternschnuppen weitererzählen würden. Als das Jahr sich dem Ende neigte, schmiedeten Lila und Lenny Pläne für das nächste Sternschnuppenfest. Sie wollten es noch größer und magischer machen, mit mehr Geschichten und noch mehr geteilten Träumen. Und während sie ihre Pläne machten, fiel irgendwo im Wald eine Sternschnuppe, als Zeichen, dass der Sternenwächter immer noch über sie wachte. Die Geschichte von Lila und Lenny und dem Fest der Sternschnuppen ist eine Geschichte von Gemeinschaft, Hoffnung und der Magie, die entsteht, wenn Herzen zusammenkommen und ihre Wünsche in die Unendlichkeit des Universums senden. In den Wochen nach dem Fest spürte Lila eine tiefe Sehnsucht in ihrem Herzen, eine Sehnsucht nach Wissen und der Erforschung der Sterne. Sie beschloss, mehr über die Astronomie zu lernen und begann, die nächtliche Himmelskarte zu studieren. Lenny, beeindruckt von ihrer Hingabe, schloss sich ihr an und zusammen träumten sie von den Geheimnissen, die über den Himmel verstreut lagen. Lenny, der immer nach Wegen suchte, die Welt zu verbessern, arbeitete an einer Erfindung, die es den Tieren ermöglichen würde, die Sterne noch näher zu betrachten. Mit Hilfe von Kristallen und Spiegeln baute er ein Gerät, das die Schönheit der Sterne einfing. Als er es der Gemeinschaft vorstellte, waren alle erstaunt über die klaren Bilder des nächtlichen Himmels. Lila entwickelte eine Liebe zur Poesie und begann, Verse über die Sterne und das Universum zu schreiben. Ihr erstes Gedicht, Das Flüstern der Unendlichkeit, berührte die Herzen der Waldtiere tief. Es sprach von der Schönheit der Sterne und der Kleinheit des Einzelnen im Angesicht des großen Ganzen. Eines Abends, als Lila und Lenny am Teleskop saßen, erschien ihnen eine Vision des Sternenwächters. Er sprach von einer kommenden Zeit, in der die Tiere des Waldes ihre wahre Bestimmung erkennen würden. Diese Prophezeiung weckte eine neue Hoffnung in ihnen, und sie wussten, dass jeder von ihnen einen besonderen Platz im Gefüge des Universums hatte. Die Tiere des Waldes versammelten sich, um Lilas Gedichte zu hören und Lennes Sternenbilder zu betrachten. Sie sangen Lieder, die das Wissen und die Schönheit des Kosmos feierten. Jedes Lied war eine Hymne an das Leben und an die Geheimnisse, die jenseits ihrer Welt lagen. Die älteren Tiere begannen, ihre eigenen Geschichten und Erfahrungen mit den Sternen zu teilen. Sie sprachen von Nächten, in denen die Sterne ihnen den Weg gezeigt hatten, und von Zeiten, in denen die Sterne Trost und Führung boten. Die jüngeren Tiere lauschten ehrfurchtsvoll und fühlten sich verbunden mit den Generationen vor ihnen. Mit jedem neuen Gedicht und jeder neuen Beobachtung wuchs das Verständnis der Tiere für die Welt über ihnen. Sie erkannten, dass das Universum voller Wunder und Geheimnisse war und dass das Lernen und Entdecken niemals aufhören würde. Jeder Stern am Himmel wurde ein Symbol für eine Lektion oder eine Entdeckung. Lila und Lenny hatten eine Idee, sie wollten eine Brücke bauen, symbolisch, eine Brücke der Gedanken und Träume, die ihre Welt mit dem Himmel verbannt. Sie nutzten das Fest als Metapher für diese Brücke und begannen, einen besonderen Platz im Wald zu schaffen, der der Beobachtung und Reflexion gewidmet war. Als die nächste Sternschnuppennacht nahte, bereiteten Lila und Lenny ein besonderes Ereignis vor. Sie wollten die Geheimnisse der fallenden Sterne enthüllen und planten eine Nacht der Geschichten und Legenden, in der jeder seine Gedanken und Gefühle über das Universum teilen konnte. Die Sternschnuppennacht wurde zu einem Erlebnis, das niemand im Wald je vergessen würde. Es war eine Nacht der Verbindung, des Teilens und der Hoffnung. Lila und Lenny hatten es geschafft, die Tiere des Waldes nicht nur mit den Sternen, sondern auch miteinander zu verbinden. Ihr Erbe des Lichts würde noch lange nach ihnen im Wald leuchten. In den Tagen nach dem Fest beschlossen Lila und Lenny einen besonderen Pfad anzulegen, den sie Sternenwächterpfad ernannten. Dieser Pfad führte durch die stillsten und dunkelsten Teile des Waldes und endete auf einer großen Lichtung, die den perfekten Blick auf den Sternenhimmel bot. Sie pflanzten entlang des Weges leuchtende Blumen und funkelnde Steine, um den Pfad auch in der Dämmerung sichtbar zu machen. Eines Nachts entdeckte Lenny in der Bibliothek des Uhus ein altes, verstaubtes Manuskript, das geheimnisvolle Inschriften über die Sternschnuppen enthielt. Es sprach von einem alten Ritual, das die Energie der Sternschnuppen nutzen konnte, um Weisheit und Erkenntnis zu bringen. Lila und Lenny beschlossen, das Ritual am nächsten Sternschnuppenfest auszuprobieren. Lila verbrachte mehrere Nächte damit, die Sterne zu beobachten und ihre Muster zu studieren. Sie lernte, dass jede Sternschnuppe eine eigene Geschichte erzählte und dass die Konstellationen wie ein Buch des Himmels gelesen werden konnten. Sie begann, ein Tagebuch ihrer Entdeckungen zu führen, das sie die Weisheit der Nacht ernannte. Lenny hatte die Idee, ein Labyrinth aus Lichtern zu schaffen, das in der Nacht des nächsten Sternschnuppenfestes eingeweiht werden sollte. Er arbeitete monatelang an der Konstruktion, wobei er reflektierende Blätter und glühende Pilze verwendete, um einen Weg zu schaffen, der die Reisenden durch ein Netz aus Sternenbildern führte. Die Nacht des Sternschnuppenfestes kam und mit ihr ein Phänomen, das niemand erwartet hatte. Als die Sternschnuppen fielen, begannen sie eine Melodie zu erzeugen, eine Art kosmischen Gesang, der tief im Wald wiederhallte. Lila, die eine schöne Singstimme hatte, stimmte in den Gesang ein und zusammen erzeugten sie eine Harmonie, die den ganzen Wald erfüllte. Die Tiere des Waldes, die durch die Schönheit der Musik inspiriert waren, bildeten eine Gruppe, die sie die Sternschnuppenwächter nannten. Ihre Aufgabe war es, das Wissen über die Sterne zu bewahren und die Traditionen des Sternschnuppenfestes zu pflegen. Lila und Lenny wurden zu den ersten Wächtern ernannt. In der Nacht nach dem Fest, als Lila und Lenny den Himmel durch das Fernrohr betrachteten, sahen sie plötzlich Visionen in den Kristallen. Diese Visionen zeigten ihnen ferne Galaxien und unbekannte Welten, und sie verstanden, dass das Universum noch voller Wunder war, die sie entdecken konnten. Als der Herbst kam, bemerkten Lila und Lenny eine seltsame Erscheinung am Himmel. Es sah aus, als würde ein Fluss aus Sternenlicht direkt über den Wald fließen. Sie erforschten dieses Phänomen und entdeckten, dass es ein einmaliges Ereignis war, das nur alle tausend Jahre stattfand, der Sternenfluss, ein Band aus reiner kosmischer Energie. Die Tiere des Waldes standen am Ufer des Sternenflusses und lauschten dem Echo der Unendlichkeit. Sie fühlten sich klein und doch verbunden mit etwas Unermesslichem. Lila und Lenny hielten eine nächtliche Wache ab, um diesen Moment zu ehren, und alle Tiere des Waldes schlossen sich ihnen an, um das Schauspiel zu beobachten. Nachdem der Sternenfluss verblasste, wussten Lila und Lenny, dass ihre Reise noch lange nicht vorbei war. Sie hatten ein Vermächtnis begonnen, das die Bewohner des Waldes für immer prägen würde. Sie beschlossen, weiterhin den Himmel zu erforschen und die Geheimnisse des Universums zu lüften, immer im Einklang mit den Tieren des Waldes und den flüchtigen Sternschnuppen, die ihre Wünsche in die Weiten des Kosmos trugen. Tieren